einen wunderschönen guten morgen wieder guten Abend meine lieben Freunde und willkommen zurück zu DOOM wir spielen weiter ein gameslot ein continue game Mission Select bringt uns wohl nicht wirklich viel zweite Session zweite Mission broken free from your prison pitted against evil the cycle begins anew to discover the cause of the demonic invasion first locate and align the communications satellite in the resource operations facility alles klar why not press space to continue know your enemy wieder ein bisschen leiser stellen hello I am Vega the sentient intelligence assigned to Mars after running diagnostics on the Praetor suit it appears that I can activate optional challenges that when completed will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace I have added a tracking component to mission challenges are activated when a mission begins and completing them will reward you with weapon upgrade points you can view the requirements and track progress in the mission tab of the dossier aha 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 sehen wir also dann rechts im bild kill two of the possessed with one trigger pull from the shotgun perform five different glory kills on the possessed find three secrets okay dann lasst uns doch mal sehen mein mauskabel zickt gerade ein bisschen so für das spiel brauche ich vollkommene maus mobilität dann was haben wir denn hier transfer complete okay cool wie wäre es wenn wir das mal direkt probieren zwei von den jungs mit einem shotgun schuss um zu boxen den imp da so was mit euch okay hallo ach man nope das war eine tolle verschwendung von unseren hp und armor naja one trigger pull of shotgun könnte das auch der burst sein was haben wir hier low power low power mit hier los hallo aha one trigger pull further what an upgrade points schön was denn das hier click 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 reset power sehr schön hallo mars ja was denn da will over Die finalen Momente in diesem Weltraum. All die Moments, die Humanitätssacrificen, die Helden, die Demons. Es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder sind dankbar. Sie werden die ersten. Sie werden eine Sitzung neben dem, wie ich will, in dem, der neue Welt, die wir für uns entwickeln. Starten, jetzt. Die war jetzt reichlich leise. Ich weiß nicht, ob das sein sollte oder sonst irgendwas. Der Rest vom Spiel kommt mir allerdings in der komplett gleichen Lautstärke vor wie in den ersten drei Folgen. Automap downloaded. Wow. Okay. Cool. Klick. Meine Schwestern und Brüder. Ach ja, richtig. Wir sollen ja auch fünf verschiedene Glory-Kills an den Viechern machen. Das heißt, wir brauchen auch ein paar verschiedene Winkel. Na. Ja. So, war das noch ein... Ja, zwei von fünf. Cool. Na. Ja. Ich weiß aber nicht. Soll das gerade eine entsprechende Atmosphäre erzeugen? Mir fehlt ein bisschen Mucke. Amor. Nice. Mist Ding. HP ist immer schön. Gibt's hier in diesem Raum noch irgendetwas? Sieht weniger danach aus. Kann ich da lang? Da kann ich nicht lang. Ich nehme trotzdem nochmal alles unter die Lupe. Wir sollen ja auch Secrets finden. Sieht aber relativ linear aus. Dann weiter im Text. Und die Tante im Hintergrund labert die ganze Zeit. Das geht nur auf den Sack. Na komm, mach auf die Scheiße. Joink! Selbstmordattentäter. Voll toll. Da steh ich drauf. Der hat einfach eine Gaspulle im Rumpf stecken. Why not? Possessed Engineer. Joa. Äh. Trust me. I'm an Engineer. Demand Presence at unsafe levels. Lockdown. Initial. Ah. Papapapack. Yo. Ach, Jungs. Das. Dieser behinderte. Soldier. Pew, pew. Bang. Okay. Da kommt meine Musik. Weapon Upgrade Point. Weapon Upgrade Point. Weapon Upgrade Point. Tun wir das. Shotgun. Achso, ja toll. Wir brauchen drei. Danke auch. Haben wir sonst noch was? Achso, Suit Punkte haben wir natürlich nicht. Was haben wir sonst noch? Achso. Challenge complete. Geht mir aus dem Weg, Mann. Low Health. Oh Scheiße. Na. Hör auf damit. Lass das. Hui. Aus. Tschüss. Böser M. Uh. Okay. Cool. Ich bin gerade. Ich weiß nicht. Es kommt mir einfach so still vor. Das birgt eine gewisse Hilflosigkeit. Hi. Was bist du? Und in that vision, they saw the future bold and powerful and the many worked as one to bring the new order. What better words to inspire you as you set about initiating yourself into the UAC? Those who came before you and those whom you serve will all operate with the same goal in mind. The development of a new dawn for mankind. The development of a new dawn for mankind. It is by this principle of teamwork that we will elevate ourselves to the next plane of existence. Oh god. If you have any new suggestions to improve the work environment while working your tenure in resops, please submit suggestion form vrd blah 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 blah. However, it is imperative that you learn to accept things you can't change, and follow the path that has been laid out for you. Aha, ok. Okay, das war ein sehr toller Text für Fick dich, mach was wir dir sagen und wenn wir dich zu irgendetwas einladen, egal was es für dich ist, sag natürlich ja. Ups. Das war dumm. Ich sollte vielleicht nicht mit meinen Tasten rumspielen, wenn ich nicht mehr weiß, was sie tun. Steuerung war Granate werfen genau wie Mausrad. Okay, lass uns doch mal sehen. Ich find's ganz praktisch, dass wir, also was heißt praktisch, ich find's ganz cool, dass wir keinen Waypoint haben. Rechts von uns ist irgendwo HP. Rechts. Weiter rechts. Ah, ah. Hello. Hi. Ja, was bist du denn? Chainsaw. The chainsaw is a specialized melee weapon that is accessed by pressing G. Using the chainsaw requires fuel. The bigger the demon, the more you need. Cutting apart a demon with a chainsaw will always drop a surplus of ammunition. It will cost 1, 3 or 5 fuel to kill a demon, depending in the size. Upgrading your ammo capacity with argent cells will also increase your fuel capacity. Yeah, chainsaw. Das war sehr gut. Okay, chainsaw ist G. Gut. Okay. Ich mehrmals 1 drücke. Ah, okay, cool. 2 ist immer Shotgun, 1 ist Dings oder Dings. Das finde ich sehr gut. Ich will immer noch HP. Hier. Gibt es hier kein HP? Oh. Hä? Was ist denn? Aha. Cool. Health Station. Erklärt sich von selbst, denke ich. Ist mit dir? Okay. Gibt es denn ja sonst noch? Können wir hier mal durch? Hallo again. Klick. Hopp. Hallo. Stirb dort direkt, Mensch. Au. Glory Kills. Glory Kills. Ich brauch ganz viel Health. Auf. Dun, 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 dun. Hopp. Yes. Ist denn deine Möglichkeit. Guide. Du. Bäm. Blödes Dreckstier. Aus. Geh. Na. Ah. Schuh, schuh, schuh. Kann man denn mit einer Shotgun so scheiße zielen, Mensch? Find Yellow Axis Key. Hm. Hm. Aha. Hm. Hm. Da hinten sieht toll aus, aber... Wie wäre es, wenn wir... Oh, hallo. Lower Ammo. Oh, zumindest... Zumindest HP. Oh, okay. Das sieht toll aus. Ja. Gasoline. Hi. Und jetzt? Hm. Schild. Ammo. C. Hm. Da. Da, da. Wo? 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 Doof jetzt? Au. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Klar. Cool. Der... Der Anzug ist... Der Anzug ist quasi unzerstörbar. Ja, ja. Klar. Okay. Natürlich. Ach, Jungs und Mädels. Vielleicht. Ähm. Oh, einfach Partender, ja. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir machen dann vom Loading Checkpoint Thingy weiter in der nächsten Folge. Und, äh, bis demnächst. Blank out.